So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 5. Also es regnet hier übrigens. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist und ihr versteht mich. Weil bei mir ist das gerade sehr laut. Auf jeden Fall wollte ich mich dafür entschuldigen, dass meine Tastatur so laut war in den letzten Folgen. Äh, ich hab da mein Mikrobisten umgestellt gehabt und deswegen, äh, hab das irgendwie zu viel von der, von der Tastatur aufgenommen. Und ich hab übrigens auch nach der letzten Aufnahme eine Stunde damit verbracht, meine Tastatur mit, äh, All Rings zu, zu besetzen. Also ich hab da, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, All Rings sind einfach nur so runde Gummidinge und die hab ich halt unter meine Tasten, äh, geklemmt. Also ich hab die rausgeholt aus der Tastatur und dann draufgeklemmt. Ja, das ist jetzt irgendwie komisch zu erklären. Ich kann das leider nicht erklären, tut mir leid. Aber ich hab auf jeden Fall All Rings benutzt. Weil ich hoffe, dass, ich hoffe, dass es bringt was. Ich hab paar Tests gemacht. Und ja, also einen großen Unterschied hatte das jetzt nicht. Aber naja, also es hat halt schon einen Unterschied gemacht, aber nicht viel. Und ob es jetzt eine Stunde, äh, wert war, um das zu machen. Ich hab hier übrigens Instrumente in meinem Auto, ne, in meinem Auto, was ich geklaut hab. Das könnte mein Boot werden. So, wir fahren da mal mittelisch rüber. Muss ich hier irgendwas mit dieser Karre machen? Was ist das? Kletus. Boah, den hasse ich, äh. Der Hobbylose, ne, der einfach Reifen von Leuten abgeschossen hat. Tolle Schwachkoch. Oh mein Gott, was war das für ein Tier? Habt ihr das gesehen? Boah, die Karre hat echt nicht so viel PS. Aber das könnte auch im Regen liegen. Na ja, wir fahren mal schön weiter. Äh, was ist denn hier? Ach, hier ist mein... Warum ist denn das... Ach, stimmt, hier hat er die Mission angefangen, ne? Mit diesen komischen, verrückten, ne? Pisswasser, Pils. Urin. You are in for a good time. Ja. Mann, ey. Okay, das kann man nicht kaputt machen. Das Ding ist einfach schneller. Passe ich da durch? Ja. Also die Tastatur fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen anders an mit dem O-Ring. Habe ich hier geschlafen? Ich weiß gerade auch nicht, ob ich da hinfliegen soll oder hinfahren soll. Oh Mann, ey. Okay, die sind nicht für mich da. Die wissen ja noch gar nicht, was ich hier vorhabe. Oh, scheiße. Ich dachte kurz, das ist mein Reifen. Also das Ding bewegt sich und wir sollen das klauen, ne? Genau, der fährt einfach weiter. Ich habe halt leider nicht aufgepasst. Und weiß jetzt nicht, was das ist. Was wir hier klauen sollen. Ich hoffe, das ist kein fliegendes Ding. Sondern nur ein Fahrzeug. Aber der fährt ja auf der Straße. Ich bin auch so dumm. Wie soll denn das so ein Flieger sein, wenn der die ganze Zeit auf der Straße fährt? Die Ausrüstung darf nicht zerstört werden. Genau. Oh, das sind so viele. Oh, das ist ein Taser. Leute. Schnell. Das war voll den Hals mal. Okay, wir steigen hier aus. Und holen die Bazooka raus. War ein Witz. Wir dürfen das ja nicht beschädigen, das Ding. Boah, ihr seid so nett, dass der einfach aussteigt. Komm hier. Oh shit, mein Aim. Ich muss meine DPI, glaube ich. Genau so, sorry. Meine DPI war zu hoch. Ich habe meine DPI im Desktop immer sehr hoch. Weil ich das irgendwie angenehmer finde. Und wenn ich zocke, mache ich die schön runter. Damit ich präziser bin, wie ihr gerade gesehen habt, ne? Wichtig präzise, wie ich da ihn abgeballert habe. Okay, ich fahre. Fahren. Ich laufe ein bisschen nach vorne. Boah, wie faul die Amis sind. Also, die Leute sind noch Santos. Dass sie das Speed Limit da draufkleben, wo eh keiner drauf gucken wird. Ich hab da ein Schild, äh, also für ein Schild da zu investieren. Naja, was soll das? Okay, da schießen noch ein paar. So. Das killt den nicht, ne? Doch. Ne. Also, ein Schuss in den Fuß. Wenn das den gekillt hätte. Boah, dass der immer diese Scheißwaffe hat. Komm, Kollege. Da ist noch einer. Du arme, ey. Kann ich hier irgendwas looten? Ach, die sind... Die sind ja einfach gedespawnt. Gab tatsächlich Loot. Aber der ist gedespawnt. So. Wie gib dich zum Mephler, boah. Boah, kann ich hier wenden? Wahrscheinlich nicht. Ich will es auch nicht drauf anlegen. Das ist echt keine schöne Brücke, ne, Leute? Die ist... Die sieht mega unsicher aus. Also, zum Befahren jetzt. Zum, äh... Zum Unfall bauen. Boah. Die Dinger, die mag der Trevor ja sehr, ne? Oh, shit. So, wir fahren hier schön gemütlich im Regen. Ich finde das sehr angenehm. Ich hoffe, ihr auch. Da kommt aber viel Dampf raus. Ja, immer wenn er schaltet, kommt da oben Dampf raus. Also Dampf, äh, Rauch mein ich. Das ist kein Dampf. Hallo, Flasche. Hallo, Flasche. Tolle Werbung. Die Marke, die konnte ich nicht erkennen. Voll die sinnlose Werbung. Da hat man einfach für die Konkurrenz mit Werbung gemacht. Weil man die Marke nicht lesen kann. Also, so müsste Werbung ja eigentlich sein, ne? Aber naja, die Menschen sind halt gierig. Das Logo muss fett und groß drauf. Nicht, dass man für die Konkurrenz da mit Werbung macht. So, gleich sind wir da. Ey, wer ist denn hier so reich, dass er sich so einen fetten Hammer leisten kann? Alter. Guck mal, was das für eine Gegend ist hier, Mann. Pass mal auf beim nächsten Mal. Obwohl, den einen, den lasse ich den. Du, naja, komm. Den lassen wir mal. Das Ding. Okay, das geht nicht nur. Okay. Ey, woher habt ihr die Teile, Mann, Jungs? Das ist doch voll die abgefuckte Gegend hier. Sollten doch alle arm sein. Ich meine, der... Hier ist da so ein... Hier war ja so ein komischer See, ne? Der hieß einfach Almo... Almo-See. Also Almo... Almosensee oder so ein Scheiß. Also Almo-See. Oh, we're... We did it. Genau, Waffe weg. Sehr schön. Entstanden. So. Oh shit, das Ding hätten wir jetzt einfach klauen können, ne? Boah, da haben wir uns... Da haben wir uns selbst was Böses angetan. Ich merke gerade auch... Schade, ey, da gucken wir dem hinterher. Ich habe auch gemerkt, Trevor sein Handy. Das hat einfach ein... Ein Schlag, anders ist es kaputt. Da merkt man schon, das ist so ein richtiger Trampel. Ja. Genau. Oh mein Gott. Hi. Alter, das ist mein Laden. Ihr kauft von mir, ey. Du kaufst von mir. Komm, den töd ich nicht. Das ist mein Kunde, auch wenn er mich jetzt schlagen will. Oh Gott. Komm mir nicht hoch, Kollege. Alter. Egal, scheiß auf die. Wir machen einfach die Mission. Ich kann ja nicht meine Kunden tüten. Vor allem, wenn hier die Einwohnerzahl 5 ist. Es ist eine andere von deinen fucking Disaster. Das ist was es ist. Erstens ziehst du eine Hostage, gegen meine Verwaltung, und dann beginnst du eine verrückte Hochschule-Romance mit ihr. Sind Sie verrückt? Sie ist... Sie ist eine 60-jährige Hauswaffe. Sie ist 57 Jahre alt. Und sie denkt, dass ich bin Mütter. Ja, aber lass mich dir etwas sagen. 30 Jahre von Verwaltung zu der Welt's angriest Mob-Boss würde jeder jemanden verrückt. Du hast nicht meine Situation viel einfacher. Oh, da ist eine Überraschung. Ich wusste, was es um dich zu sein. Ich vermiss meine Familie. Oh, du bist voll von Schein. All du hast, was sie ignorieren. Und jetzt, dass sie weg sind, du sie vermissst. Fucking incredible. Ich erzähle dir, was ist incredible. Fucking incredible. Ja, Mann, sag's hier. Ja, Lester, ne? Der ist erst neu gekommen. Obwohl schon so scheiße liegt. All right. Ja, also, wir gehen in. Sie holen den Tate. Sie haben einen Rennheil mit dir. Und du gehst aus. Ist das ein Arbeit für alle? Great. Let's go. So. Komm, wir haben einen Tate. Ich steig den Transporter. Das Ding wollten wir in die Luft gehangen, hinter uns. Ging aber nett. Ach, das ist ein Tank. Das ist meiner, das ist Trevor's Tank. So, Trevor. Nice, bro. Das war aber nicht an mich. Alter, was machen die da? Oh, der arme Kerl, Mann. Einfach so ein wilder Hund. Oh, nee. Scheiße. Part of the interview process, I guess, is how you call it. Trevor knew I could drop, wanted to see if I could handle myself. This cash for gold guy comes through town. That's the reason he had funds. Next thing we bury him and his bodyguard in the junkyard. Well, most of them anyhow. Fifty K, he did fine. He's better at all aspects of the job now. From killing to dismemberment. Hey, your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are, on our way to almost certain death, bonding, pouring our hearts out. And this guy is sitting here, soaking it up and giving nothing in return. Hey, if he don't remember. If he don't remember, I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the details of his first paint job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here. I'll back the facts. The checks cash place? I went in, took him for eight grand, walked out. Yeah. It was a bit more complicated than that though, wasn't it? Maybe I knew the guy. Maybe he identified me. I'm sorry about that. Oh, shit, that was a cop. It's a cop. Oh man, that was a cop. Huh? Ah, you guys are also cops? No, right? Oh dude, it's his time. Oh man, it hurts me so hurt ya. Kill them too? Don't be afraid of her. What do you have now, idiot? Idiots. Scheiße Mann Boah, ich dachte, das wäre irgendwie lustig Ich fand das irgendwie lustig, den zu überfahren Oh Mann, Leute Ich kann ja nirgendwo hin... Hey, ist das aber jetzt keiner, ne? Das ist irgendwie so ein Witze Boah, wie soll ich denn hier abhauen vor dem? Soll ich den... Ne, wenn ich den kille, das bringt ja nix, ne? Boah, Scheiße, Leute Das war mega dumm Boah, Kollege Muss ich den killen? Komm, du bist so schnell Verpiss dich, Mann So, du, du auch Der will einfach überleben Boah, jetzt haben wir drei Sterne Jetzt kommen noch Helis Oh Mann, nein Leute Also den Heli, den schaffe ich nicht Das Ding ist, was denn dann Der vierte Stern kommt Da ist einer ausgestiegen Komm, Leute Das tut mir so leid, Mann Scheiße, du musst doch sterben, Digga Alter Trevor Oh Mann, Leute Okay, okay, okay Das ist Das war so chaotisch Also anders kann ich mir das gar nicht vorstellen Ey, der ballert die ab Der wollte einfach mithelfen Okay, das war voller Schwachsinn, Leute Oh Mann, das Das tut mir echt wein Die Art und Weise, wie ich das auch gelöst habe, ne? Also, ich bin richtig schlau, gell? Das kann ich mir anmerken, ne? Hast du einen Banker vorhin, Franklin? Ja, ich war der Fahrer auf dem Job Ja, ich war der Fahrer auf dem Job Ja, ich war der Fahrer auf dem Fahrer Ja, das ist das gleiche, was wir jetzt tun haben, richtig? Nice, Mann Was war das? Shit, ich weiß nicht, Mann Ich kann mich nicht erinnern Komm, Mann Jeder erinnert seinen ersten Schaden Ah, shit, nicht ich? Komm, Mikey Bro, was war dein erste Banker 88, Outskirts of Carcer City Took a small franchise for 10 Alter, was ist das für ein Killerstein? Ich dachte, er ist aus Papua oder so Was habe ich halt immer gedacht? Jesus Jeff, will you tell these gentlemen about your first job? T, man You can just as easily You tell them I'll do a sanity check Trevor, the ultimate judge of sanity Well, it was, äh Part of the interview process, I guess, is how you call it Trevor knew I could cook I wanted to see if I could handle myself This cash for gold guy comes through town That's the reason he had funds Next thing we're burying him in his bodyguard in the junkyard Well, most of them anyhow 50k He did fine He's better at all aspects of the job now Is that the bull of us? Spielen mir nur anschauen Machen nichts dummes Leave him alone, Trevor This is an important moment, Michael Here we are On our way to almost certain death Bonding Pouring our hearts out And this guy is sitting here Soaking it up And giving nothing in returns Hey, if he don't remember If he don't remember I'm supposed to trust this man with my life And he don't trust me with the details of his first paint job Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here I'll back the facts That checks cash place? I went in Took him for eight grand Walked out Ha-ha It was a bit more complicated than that, though Wasn't it, T? Maybe I knew the guy Maybe he ID'd me Maybe you did six months Maybe I was out in four And that, children, is why we don't leave witnesses That, children, is why you don't rob people that you know Ha-ha-ha Yeah Franklin Share Yeah, come on, kid It can't be worse than Trevor's Aight, man, shit Okay The score was like two stacks, man 2G? Take home on your first gig? Fuck, that ain't bad, man Man, the whole score was two stacks Only I didn't see none of that shit Die pack went off home Money was useless, then Die pack Ha-ha-ha-ha-ha You amateur I knew I shouldn't have told you shit Hey, Franklin, we all gotta start somewhere Last time I tell your ass something Ow, come on Don't be so cold, man Learn to laugh at yourself You're in danger of turning into this man Who, me? Yeah You Wouldn't laugh, wouldn't hang out Alright, Frank We're gonna drop you up here, okay? When you hear a kick off Get ready Because we're gonna want to go ASAP I'm gonna get away, man Abdul So Sicher und Heil angekommen Ohne Poole nochmals Boah, nicht so laut, Trevor Das ist wieder so ein reichen Viertel, ne? Warum kann Trevor nicht hier holen, ey? Gibt's sogar einen Supermarkt You're an idiot I gotta go It's number two Yeah, we'll pinch you up I'll go in the bank I got a baggie A double baggie Ach, das ist die Das ist die Äh, ach, das ist die Bank Was ist denn das, Alter? Das ist einfach so ein So ein Apartment, okay Eine fette Werbung, wo man braucht Alright, wir alle gut? Let's hit'em! Äh, okay So, da war ich jetzt gar nicht vorbereitet drauf Hab mir Sachen angeschaut Ne, die Kacke Oder? Ich mag halt echt die AK, Leute Obwohl, wir sollen ja noch keinen killen, ne? So runter, ihr Pisse Runter Das ist es, Hände in der Luft M, schau dir ein Eindruck an unseren vertrautenden Arbeitnehmern Okay, du hast die Kacke Die Kacke sollte hier bald sein, also schau dir ein Eindruck an Einmal kurz geschossen, dass sie Angst haben So Trevor Die gibt dich zum Tresorraum Oh shit, die sind schon da Okay, eine Mille haben wir schon mal Äh, wieder chillen Mann, die Bank wird aus Drei Mille schon Vier Millionen Alter, das geht richtig gut Schnell Jungs Gibt's hier noch mehr? Siegel, das reicht irgendwie nicht Acht Aber das ist schon eine Menge Für so eine Bank Also mit Bargeld Möchte ich anmelden Oh ne Ey, ihr wollt doch keine Bullen abknallen So, ach ne, wir sind ja Wichse So, ach ne, wir sind ja Wichse Okay Ich schau jetzt einfach mal die Bullen ab Neu Leute Komm hier weg Ist der schon drauf? Alter, was hat Lester hier wieder organisiert? Wie sieht man? Der ist Der ist richtig geil Muss ich mal jetzt mal so anmerken, ne? Ich freue mich, ja, ich gehe auch noch Ich helfe dir mal, was sie So Noch mehr Also der Erdbeben, der entsteht, ne? In der Explosion Äh, ja Ich habe gerade mich zugehalten Wie hat das überlebt? Wie haben sie das überlebt? Okay, die ist ohnmächtig geworden, ne? Ne, die ist gestorben Ich wollte nur mal nachgucken, Leute There is no way out Hahahaha Also wenn wir schon die Bullen abknallen Dann ist ja egal, wenn ich auch ein paar Zivilisten kille, ne? Weil die bauen ja eh ein bisschen Scheiße Oh shit Oh shit Oah Yang Also das was hat Lester hier geplant Schießen Gemaxed schon Scheiße, ich habe Geld verloren. Hä? Warum verlieren wir Geld? Oh, was ist denn das? Okay, wer ist jetzt hier? Die stehen einfach vor dem Ding. Alter, war das eine fette Ballerei. Ja. Der ist so verrückt. Weiter geht's. Spar mal ein bisschen Money. Also ich habe das Gefühl, das wird später nicht reichen. Wo ist denn unsere Base? Oder manche die Leute da. Scheiße, die... Hä, wie machen die das? Das klingt wie ein Plan. T, ihr Mann ist gut. Hä, den kann man nicht wegmachen. Also den kann man nicht wegmachen, ne Leute. Hey, was soll ich machen mit dem Scheinsteig? Scheiße. Bro, man. Out of the way. Alter, ich packe mich einfach ab. Pisse. Ja, natürlich. So hoch, das Ding. Ja, ja. Oh, shit. Wir haben das Ding geschrottet. Haben wir? Nee. Okay, ich höre mal auf, hier Scheiße zu bauen. Ich glaube, ich soll die gar nicht anhängen, die Dinger. Aber die könnten halt echt zu den eigentlichen Bankräubern gehen. Wie geht's denn, Junge? Wie geht's denn, Junge? Hörst du das Feuer? Das ist, wie ich es mache. Häng in da. Scheiße, die Dinger. Wo bist du denn, Kind? Hörst du den Schuss? Hörst du den Schuss? Wir sind hier. Boah, gut, dass der geschlafen hat. Oh nein. Leute. Hä, was soll ich da machen? Ich werde schießen. Okay, der macht nichts. Der ist blöd. Ey, mit dem Ding wollen die fahren. Alter, was ist das denn nur? Ey, der ist so schlecht. Scheiße, Mann. Ja, ja. Ey, so schlecht kann man nicht sein, ja. What the fuck? Der ist kaputt. Der hat sich kaputt gemacht. Ey, hör auf. Oh nein. Scheiße, das ist der Tank, der über uns flieh. Okay, wir verlieren immer ein bisschen Geld. Wir haben schon 40k verloren, Leute. Holy Jesus. Komm runter. Alter, runter. Ich war so süß. Was ist denn hier? Du machst es richtig. Was machst du denn da? Fuck, ich glaube. Use mir als Cover, Frank. Du willst nicht rauskommen. Bleib hinter mir, Kind. Ich habe die Arme. Was machen die hier schon? Hey, Frank, bist du gut? Da war noch einer. Wir haben auch die Fähigkeit, merke ich gerade. Die hätte ich echt vorher. Also, das habe ich echt jetzt erst gecheckt. Was ist denn schon für die Fähigkeit, Leute? Oh, Mann. Das wäre viel geiler gewesen, mit. Oh, mein A. Okay. Oh, moron. Oh, moron. Scheiße. Ich komme weg mit dir. Irgendwas öffnet sich hier. Oh, wir haben keinen Tüß mehr. Da ist noch einer. Alter, hat der mich erschreckt. Ja, der Arme, der hat gar keine Rüstung. Scheiße. Die Waffe ist einfach kacke, Leute. Ohne Witz. Die ist echt scheiße. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich kann mich gar nicht mehr älben, weil ich die Kacke benutze. Ja, du willst mit mir spielen spielen. Das ist es. Los geht's. Oh, Mann. Was mache ich da? Ich bin ja fast tot. Jungs, ihr killt mich. Was ist los, Train? Komm, es ist hier. War das Teil des Plans, dass die mich killen? Okay, wir gehen dann mal. Scheiße, haben wir das... Nein, okay. Go, go. Die können doch einfach hinterherfahren. Ey, die könnten doch einfach hinterherfahren. Ich bin ein Freund, Agent Sanchez. Wir haben auch, Korrupt G-Man in Training. Du musst dich aufhören, buddy, all right? Weil sie sind aufhören, diese Trainern für illegale. Und wenn du falsch bist, du bist, amigo. Sehr lustig. Hey, was kriegen die von den 8 Millionen? Hey, das sind ein paar Tausende nur. Hey, das waren 8 Millionen. Die kriegen nur so ein paar. Das war ja allgemein schon wenig, ne? Weil da so viele Beteiligte waren. Du hast beim Jühnerfest von... Ja, keine Ahnung. Das Ding im Paleto. Was kriegen wir denn? Okay, 400k. Ja gut, das war dann... War ja dann doch noch okay. Wenn man bedenkt, dass da sehr viele Beteiligte waren. Ich merke gerade auch, das war es hier mit der Folge, Leute. Das war diesmal mal eine längere Folge. Weil die Mission halt auch so lange gedauert hat. Nicht wegen mir, nicht, dass ich da Scheiße gebaut hatte. Mit dem Motorradfahrer, ne? Den hätte ich nicht überfahren sollen, den Bullen. Aber naja, vielen Dank fürs Zuschauen.